Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Daron. Es ist mal wieder soweit, 90 Tage sind rum, das Shell Update steht an und gerade eben hat Shell Quartalszahlen gemeldet und die haben es in sich. Bevor wir gleich reinspringen, natürlich der Hinweis, ich bin selber begeisterter Aktionär von Shell und daher habe ich natürlich eine rosa-rote Brille auf, von daher alles, was ich hier von mir gebe, ist natürlich keine Anlageberatung. So, schauen wir uns mal an, was Shell gemeldet hat und ich versuche zumindest die Zahlen so ein kleines bisschen einzuschätzen. Shell hat ein EPS gemeldet von 306, ist etwas besser als erwartet, aber insbesondere hat man einen Umsatz gemeldet von 100 Milliarden Dollar und das ist deutlich mehr als das, was erwartet worden ist. Man hat etwa 17 Milliarden mehr umgesetzt als das, was erwartet worden ist. Das ist im Jahresvergleich ein Anstieg um 65 Prozent. Das sehen wir hier. Das ist der Wahnsinn. Wir haben ja so ein bisschen, oder ich habe ja immer die Hoffnung, dass jedes Mal, wenn ich ein Update rausbringe zu Shell, der Kurs um 15 Prozent gestiegen ist und ich glaube, die letzten drei Videos hat das auch geklappt, aber diesmal hat es leider nicht funktioniert. Also klar, der Kurs der Shell Aktie reagiert heute ganz positiv. Ich aktualisiere das Ganze mal. Wir sind hier 2,5 Prozent im Plus, aber beim letzten Video, wenn wir hier unten uns das angucken, ich meine, das letzte Video war Anfang, weiß gar nicht, Anfang Mai habe ich das, glaube ich, gemacht, Ende April und da haben wir hier auch einen Kurs gehabt, der so bei 26 war. Es lief schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Es ging hier schon auf über 28 hoch, aber dann ging es natürlich ordentlich in die Knie nach unten, als der Ölpreis wieder ein kleines bisschen zusammengeknackst ist, aber jetzt sind wir wieder oben. Also es hat sich quasi jetzt in den letzten drei Monaten nicht viel entwickelt, obwohl bei dem Unternehmen natürlich, das Unternehmen verdient viel mehr Geld als noch vor drei Monaten, aber wer weiß, wie lange das der Fall ist. Aber gucken wir uns jetzt mal die Zahlen konkret an. Was hat Shell gemeldet? Also wir haben ein Adjusted Earnings, das ist immer schön, ich liebe die Adjusted Teile von 11,5 Milliarden und ein Adjusted EBDA von 23 Milliarden. Der Cashflow from Operations sind bei 18,7 Milliarden. Dann hat man Cash CapEx, also Reinvestitionen könnte man vielleicht das Ganze nennen, von 7 Milliarden und einen Free Cashflow von 12,4 Milliarden erzielt und hat jetzt die Schuldenlast reduziert um 2,1 Milliarden nur noch auf 46,4 Milliarden. Um das einzuschätzen, ist immer ein bisschen schwer, wenn man jetzt die Zahlen hört, okay, toll, habe ich natürlich meine geliebte Tabelle, wo ich das über die letzten Quartale schon mal aufgelistet habe und zwar habe ich hier mal fett markiert, wo wir aktuell sind und zwar jetzt ein zweites Quartal 2022. Also der Umsatz ist quasi gestiegen, wenn wir hier mal ein Jahr zurückgehen, da hat man noch 60 Milliarden und jetzt sind wir quasi bei 100 Milliarden, im Q1 waren wir noch bei 84 Milliarden. Woran liegt das Ganze? Wenn wir jetzt hier ein Jahr zurückspringen, da hatten wir durchschnittliche Preis pro Barrel, was Shell bekommen hat von 62 Dollar und das ist auf 101 Dollar gestiegen. Hier muss man ein kleines bisschen im Hinterkopf haben. Das ist immer so ein kleines bisschen verzögert, also die Verträge laufen quasi immer, das dauert so so rollierende Verträge und da sind wir so zwei, drei Monate verzögert, weil wenn wir uns mal anschauen, im Durchschnitt im zweiten Quartal war der Brentpreis, der für Shell relevant ist, bei 114 Dollar. Also Shell hat quasi 13 Prozent weniger genommen, aber das ist quasi immer so ein kleines bisschen verzögert, aber das bedeutet gleichzeitig auch, dass es möglicherweise im nächsten Quartal noch einen höheren Ölpreis gibt und schauen wir uns den aktuellen Ölpreis an. Hier Brent sind wir bei, Moment, jetzt gehen wir immer nach oben, sind wir aktuell bei 107 Dollar und wir, ist ja gut zurückgekommen, aber wir waren hier in der Vergangenheit schon deutlich höher, bei fast 1,125, also die Chance ist durchaus relativ hoch, dass wir hier vielleicht eher bei 108, vielleicht auch 110 oder sowas sind. Die Schulden sind weiter gesunken, hier auf 46 Milliarden, man muss, darf nicht vergessen, Shell hat, als Covid ausgebrochen ist und man Probleme hatte, okay, mal gucken, der Ölpreis ist komplett zusammengebrochen, wir hatten hier einen durchschnittlichen Ölpreis von 24 Dollar pro Barrel, da hatte man das große Ziel ausgerufen, man will es schaffen, die Schulden auf 65 Milliarden zu reduzieren. Man hat damals die Dividende drastisch gekürzt und wollte dafür sorgen, dass man die Schulden auf 65 Milliarden reduziert und man hatte 77 Milliarden Schulden und jetzt ist man auf 46 Milliarden runter, das heißt, man hat erstmal die Schuldenlast um 30 Milliarden quasi in zwei Jahren reduziert, das ist schon mal, das ist schon mal heftig und gleichzeitig ist man natürlich 19 Milliarden übers Ziel hinaus geschossen, kann man eigentlich sagen, also hier eigentlich hatte man das Ganze quasi schon vor einem Jahr erreicht, aber man hat jetzt innerhalb des letzten Jahres die Schulden einfach noch um weitere 20 Milliarden reduziert, aber gut, da kommen wir später vielleicht nochmal drauf. Dann der Cashflow vom Operations sind 18,6 Milliarden und der Free Cashflow sind bei 12,4 Milliarden angekommen. Okay, jetzt gucken wir hier unten, was ist gezahlt worden an Dividenden, da haben wir ganz klassisch, die Dividende ist jetzt nicht erhöht worden oder sowas, das heißt 1,85 Milliarden sind an Dividende ausgeschüttet worden, das ist so die knapp 4 Prozent, was wir haben und Aktienrückkäufe sind im Wert von 5,5 Milliarden durchgeführt worden, heißt in Summe haben, ist für die Aktionäre entfallen, 7,35 Milliarden, was in Summe angefallen ist oder was ausgeschüttet worden ist, könnte man vielleicht sagen, die Ausschüttung, die für die Aktionäre waren. Wenn wir das mit den Vorquartalen vergleichen, dann haben wir hier quasi ein neues Rekordhoch erreicht, im vorherigen Quartal waren wir nur bei 5,45 Milliarden und auch wenn wir mal in das Vor-Covid-Quartal springen, da waren wir bei 6,3 Milliarden, was in Summe angefallen ist und da sind wir jetzt quasi ebenfalls drüber. Allerdings muss man hier im Hinterkopf haben, dass diese Aktienrückkäufe, die hier durchgeführt wurden sind, die haben was mit dem Verkauf des texanischen Ölfeldes zu tun. Ich habe mal gucken, damit ich jetzt hier die richtige erwische. Ha, bei welcher war denn das? Mal gucken, in welcher Folie das war. Ich glaube, es war in dieser Folie hier und zwar auf Seite 17. Hier haben wir es. Und zwar sehen wir hier im ersten Quartal, im ersten Halbjahr 2022 hat man das, was man normal an Aktienrückkäufen durchgeführt hat, die 3 Milliarden und diese von diesem Permian ja, was man das halt ist, das Feld, was man da verkauft hat nochmal 5,5 Milliarden. Also eigentlich hat man im Gesamten, was man so aus den freien Mitteln, aus dem laufenden Geschäft heraus was man da zurückgekauft hat, waren 3 Milliarden im gesamten ersten Halbjahr. Das heißt 1,5 Milliarden plus dann halt das, was durch das Feld gekommen ist. Und jetzt kommen wir gleich mal zum die große Neuerung, die quasi jetzt oder die große Ankündigung, die in diesem die jetzt im dritten Quartal quasi stattfinden wird, man wird 6 Milliarden allein im dritten Quartal für die Aktionäre zur Verfügung stellen und ich habe das hier auch schon mal eingetragen 6 Milliarden werden hier jetzt das hat nichts mehr mit dem Feld zu tun sondern das sind wirklich 6 Milliarden die man so an die Aktionäre zurückgibt und das ist heftig, weil die gesamte Marktkapitalisierung von Shell beträgt glaube ich aktuell so 180 Milliarden und wenn man 6 Milliarden, das bedeutet jetzt in Aktien zurückkauft bedeutet das nichts anderes, als dass man ja was ist das quasi 3,3 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung werden in einem einzigen Quartal zurückgekauft, pack mal die Dividende hier noch drauf, dann sind wir irgendwie bei 4,5 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung, was in einem Quartal für die Aktionäre zur Verfügung steht das ist schon das ist schon gigantisch das kann man gar nicht anders sagen das ist schon wirklich enorme Mengen die Shell da aktuell für die Aktionäre zur Verfügung hat und da kommen wir auch direkt zu dem Punkt dass wir haben die Schulden oder wir Shell hat die Schulden massivst reduziert und zwar eigentlich ja schon im Q2,21 und hat das jetzt quasi noch mal um noch mal 19 Milliarden ausgeweitet und hat jetzt wirklich einen sehr geringen sehr geringen Schulden man darf hier nicht vergessen ähm was sind die was waren die Earnings was ist das wenn man das vom Gewinn nimmt naja EBDA ist 23 Milliarden und du sagst irgendwie so naja drei naja Faktor 2 oder 3 oder sowas das ist schon alles in Ordnung ähm aufs Jahr gerechnet das heißt aufs Jahr wenn wir hier in einem Quartal 23 Milliarden EBDA haben das ist quasi das ja 0,5 fache des Jahres EBDA was Shell noch an Schulden hat also das ist das ist ein Witz das ist wirklich unfassbar wenig was Shell jetzt noch an Schulden hat und ist an und für sich für diese Größe naja na gut also das ist mehr oder weniger fast zu vernachlässigen aber jetzt hat man quasi die Schulden massivst reduziert und was macht man jetzt mit dem Geld man kauft Aktien zurück und das ist eine Sache die sich quasi ein kleines bisschen ähm verändert hat zu früher ähm wenn man sich die Zahlen vor Covid anguckt da war es so dass Shell insbesondere Dividenden raus also erhöht hat und ähm sehr hohe Dividenden gezahlt hat und dafür war Shell wohl auch bekannt insbesondere ähm aber die Aktienrückkäufe waren bei Shell eigentlich immer eher verhalten sag ich mal in den USA bei den Ölkonzernen war es glaube andersrum ähm und jetzt ist es so dass bei den US-Ölkonzernen mehr für die Aktien rausgeballert wird und weniger ähm Aktienrückkäufe aber dafür hat Shell ähm die haben trotzdem glaube ich alle so in etwa eine Dividendenrendite von 4% aber Shell ist halt deutlich günstiger bewertet im Vergleich zu den US-Konzernen aber ich möchte noch schnell auf eine andere Sache hinaus weil ähm ganz grundsätzlich was wir hier sehen ist ähm im ersten Quartal 22 hat Shell noch 1,95 Milliarden aufbringen müssen um die Dividende zu zahlen ähm und jetzt sind es nur noch 1,85 Milliarden gewesen das heißt durch die Aktienrückkäufe insbesondere im ersten ich weiß gar nicht ja ich glaube im ersten Quartal und Teile davon sicherlich auch haben dazu geführt dass man 100 Millionen weniger ähm für die Dividende zahlen muss das ist halt der große Vorteil der Aktienrückkäufe ähm du musst halt deutlich weniger ähm für ein Dividende rausballern und noch ein zweiter Punkt das ist spannend also hier spart man sich quasi jetzt schon durch die durch die Reduzierung oder durch die durch die Aktienrückkäufe spart man sich quasi jetzt 100 Millionen an Dividende und es kommt noch ein zweiter Punkt dazu und zwar die Schulden ich hab's mal rausgesucht ähm jetzt müssen wir mal gucken es war auf Seite 11 war das Ganze glaube ich ähm ja genau ich hab's auch extra markiert aber ich mach's hier mal ein bisschen größer damit ihr das auch sehen könnt und zwar da sind das die gezahlten Zinsen was Shell jetzt noch zahlt und da hatten wir im Q2 21 mussten hier noch knapp 900 Millionen gezahlt werden in einem Quartal und jetzt sind's nur noch 700 Millionen was in dem Quartal quasi gezahlt werden muss an Zinsen und das ist schon ziemlich spannend weil das heißt wir haben uns ähm das heißt ähm 200 Millionen weniger was pro Quartal an Zinsen gezahlt werden muss ähm okay das ist jetzt okay das macht jetzt nicht so viel aus okay aber rechnen wir das Ganze mal aufs Jahr hoch ähm 200 Millionen sind 800 und äh 800 Millionen und man spart sich durch die durch die Aktienrückkäufe quasi noch 100 Millionen pro Quartal bei der Dividende also haben wir 1,2 Milliarden gespart durch ähm an Zinsen und was weniger an Dividende rausgeschossen werden muss so 1,2 Milliarden die man sich pro Jahr spart da kann man schon die Dividende ein kleines bisschen wieder anheben also rein rein fiktiv jetzt ähm ist dann quasi mehr Geld für die Aktionäre zur Verfügung ich hatte auch geguckt ich meine im 2019 noch war es so da hat Shell oh jetzt hoffe ich ähm da greife ich jetzt habe ich auf auf Sekundärquellen zurückgegriffen das habe ich jetzt nicht direkt bei Shell nachgeguckt da hatte man glaube ich ähm zwischen 1,2 und 1,3 Milliarden an Interests was man gezahlt hat wir können ja hier mal ähm schreibt mal mal Zinsen ist jetzt alles auf Englisch glaube ich außer Umsatz ok alles dann auf Englisch außer Zinsen und Umsatz ähm hier hatten wir glaube ich 1,2 Milliarden ähm hier hatten wir noch was hatten wir hier Q1 21 hatten wir ähm 900 sagen wir mal und dann 700 ja haben wir hier 900 ähm Millionen also 0,9 und jetzt haben wir nur noch ähm 0,7 so das heißt wir zahlen jetzt oh das sind quasi sogar eine halbe Milliarde im Vergleich zum Vor-Covid Niveau die man sich an Zinsen spart weil halt die ähm die Zins äh die die Schuldenlast deutlich geringer ist also alles in allem muss man sagen an allen Fronten sieht es eigentlich so aus dass Shell ja ähm besser dasteht als als noch vor Covid und eigentlich von Quartal zu Quartal wird das Ganze immer besser die die Schuldenlast wird immer geringer demnach muss man immer weniger Zinsen zahlen man hat enorme Aktienrückkäufe die man tätig deswegen muss auch das was für die Dividende aufgebracht werden muss wird ähm ist immer weniger das heißt es steht letztendlich immer und immer mehr Kapital zur Verfügung und jetzt habe ich gerade noch erzählt das höchstwahrscheinlich sogar im nächsten Quartal der ähm das was man an was man erlösen kann pro Barrel Öl oder ähm Ölequivalent ähm bei über 100 Dollar hier liegt das ist also das wird wahrscheinlich das nächste Quartal könnte womöglich noch viel besser ausschauen als das aktuelle Quartal schon ausschaut und das ist verrückt also das ist wirklich die Schwimm im Geld das ist absolut unvorstellbar die wissen wirklich nicht wohin damit ähm weil die investieren die investieren wirklich große Mengen wir können sich hier einfach mal die Differenz angucken was investiert man hier hier hat man investiert bisschen was über 4 Milliarden noch und jetzt hat man hier investiert ein bisschen was über 6 Milliarden und letztendlich in Summe auch wenn wir hier nochmal zurückspringen ähm Moment 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 man möchte jetzt irgendwo haben wir das hier weil hier 7 Milliarden hat man sogar in Summe investiert und wir haben ähm letztendlich werden zwischen 23 und 27 20 Milliarden investiert das ist deutlich mehr als das was man eigentlich noch Anfang des Jahres erwartet hatte da stand man glaube ich zwischen 21 und 24 Milliarden das heißt man wird jetzt so im Schnitt 3 Milliarden noch dieses Jahr mehr investieren und hat trotzdem Kohle ohne Ende über okay es gibt aber eine Sache ähm bei all den Dingen die man immer ein bisschen im Hinterkopf haben muss bei Shell und zwar man hat ja die ich sag mal die Klimaproblematik und Shell hat selber gesagt dass man jedes Jahr ein bisschen weniger fördern wird und das ist auch genau das was die anderen Ölkonzerne machen die holen immer weniger aus dem Boden und das ist genau Gegenteil von dem was ja früher passiert ist früher war das immer so oder früher ähm in den vergangenen Zyklen der Ölmarkt unterliegt das so schönen Schwankungen so richtig ähm so richtig zyklisch und immer wenn der Preis oben ist und die Ölkonzerne Kohle ohne Ende verdienen dann wird natürlich massiv investiert damit du halt mehr aus dem Boden rausholst und jetzt müsste man sagen okay der Ölpreis ist ist quasi über über 100 Dollar pro Barrel im Schnitt angekommen und verharrt da aktuell auch und das sind bombastische sind bombastische Aussichten für die für die Unternehmen aber was machen sie sie deinvestieren die holen immer weniger aus dem Boden raus und zwar ich hab's hier mal warte mal auf Seite 1 sieht man das glaube ich und zwar da sehen wir allein guckt mal hier guckt mal hier dass ihr es schön sehen könnt das hier ähm die totale Produktion ähm in 1.000 Barrel also Ölequivalent pro Tag das ist um 2% gesunken das ist im Q221 waren das noch 3,2 und es sind jetzt nur noch 3.200 und es sind jetzt quasi nur noch 2.900 das Ganze ist um 2% gesunken und das ist auch genau das was Shell anpeilt oder das peilen eigentlich fast alle von diesen großen Ölkonzernen an ähm die werden massivst oder massivst 2% pro Jahr holen die weniger aus dem Boden nun wissen wir dass die Nachfrage nach Öl aber eher steigt das heißt mal gucken wie sich der Ölpreis langfristig entwickeln wird wenn eigentlich immer weniger aus dem Boden rausgeholt wird aber es gibt eine Sache da holt man ähm also man investiert ja durchaus aber man investiert unter anderem in den Bereich erneuerbare Energien da fließt eine ganze Menge rein da fließen schon ein paar Milliarden rein auch wenn die wenn man das immer ähm Shell vorwirft ähm dass das alles so ein bisschen Greenwashing ist und da ist sicherlich auch viel wahres dran aber man investiert da durchaus die ein oder andere Milliarde rein aber es gab in diesem letzten Quartal zwei größere Dinge auf die ich kurz eingehen will und zwar ähm einmal hat Shell sich beteiligt an dem ich glaube das ist eines der größten Gasfelder der Welt und zwar in Katar dieses ähm Northfield East ähm und da hat Shell ist Shell jetzt mit eingestiegen und zwar ich glaube auch Total hält da auch einen Anteil und ich glaube auch der eine oder andere US-Konzern ist da auch mit eingestiegen also da geht es um Gas ähm insbesondere ähm und zwar ja die halten da glaube ich 6,25% dran an diesem Ding das ist aber es ist ein riesiges riesiges Gas und Öl Gasfeld ähm warte mal haben wir haben das hier stehen ähm Shell wird 25% an dem Joint Venture halten welches 25% und 25% von 25% sind 6,25% die Shell quasi in Summe an diesem ähm Gasfeld hält ähm ja also das war eine der der größeren Investitionen und die zweite Sache die sicherlich ganz spannend ist das jetzt in der Nordsee erneut ähm nach Öl ähm oder das was gefördert wird wenn ich es richtig verstanden habe ist es in den letzten Jahren so gewesen dass man eigentlich gesagt hat nee man will das eigentlich nicht selber in der Nordsee holen man will das lieber importieren von irgendwo anders ähm aber jetzt sagt man okay man muss sich vielleicht doch nochmal selber die Hände schmutzig machen also bis jetzt hat man quasi Shell nicht gestattet das Öl dort zu fördern und das ist jetzt gab es jetzt aber das okay ich glaube aber da gibt es noch das geht sicherlich noch durch die ein oder andere Gerichtsinstanz ich könnte mir vorstellen dass da der ein oder andere Umweltschützer doch noch Klage erhebt aber ähm ja dann hier unten auch noch ein ganz spannender Punkt und zwar ist auch so ein bisschen ist ein bisschen Verarsche hier finde ich was Shell macht aber ähm und zwar der Ölpreis für Brent lag das letzte Mal so hoch im Jahr 2013 das haben wir hier ähm das können wir uns auch mal angucken Brent mal gucken wir ein bisschen längerfristig an guckt mal hier das war quasi im Jahr 2013 hatten wir hier so hohe Ölpreise und Shell vergleicht quasi wie man sich in den letzten neun Jahren entwickelt hat und das ist schon relativ spannend muss ich sagen weil ähm man hat jetzt ähm 65 also naja okay man hatte damals im ersten Halbjahr könnt ihr es hier oben sehen ersten Halbjahr 13 ja es sind vergleichbare vergleichbare Ölpreise aber die Gaspreise sind durchaus jetzt nochmal einen ganzen einen ganzen Tacken höher also damals 3,7 und jetzt was sind das ähm britische Thermalunits oder so heißt es glaube ich ähm und jetzt sind 6,0 aber jetzt ist natürlich schon die Sache dass man jetzt dreimal mehr organischen Free Cashflow hat 65% mehr ähm verdient und ähm eine doppelt so viel an die Aktionäre ausschüttet damals von 6,4 auf 12,8 damals waren es halt mehr Dividenden und jetzt sind es halt mehr Aktienrückkäufe das ist so ein bisschen das das Problem an dem Ganzen aber man muss natürlich sagen ähm Shell verdient eine Menge mit Gas wirklich viel Geld was Shell mit Gas verdient und das hat natürlich hier insbesondere was damit zu tun dass jetzt der Gaspreis höher ist ich meine das muss ich niemandem erzählen das sieht man selber an der Gasrechnung oder wird es wahrscheinlich bald sehen aber natürlich Shell ist dahingehend ähm deutlich effizienter geworden man hat hier in den letzten neun Jahren ähm ja erhöhte Diszipline an den Tag gelegt und hat wirklich ähm gute Ergebnisse erzielt der Aktienkurs hat sich aber glaube ich in den Jahren überhaupt nicht bewegt mal gucken wie sich das in Zukunft verändern wird ich bin hier durchaus sehr positiv gestimmt was Shell angeht bei der Menge die man an Aktien zurückkauft ich meine jetzt 6 Milliarden was wird denn man investiert jetzt mehr man steckt richtig viel Geld in die Investitionen ähm und hat trotzdem nochmal 6 Milliarden für die für Aktienrückkäufe ähm zusätzlich ich fände es persönlich auch besser wenn man davon sollte man lieber die Dividende die Dividendenausschüttung um eine Milliarde anheben und schüttet nur 5 Milliarden an Aktienrückkäufen das wäre mir deutlich lieber dann wären wir immerhin wieder bei naja noch nicht ansatzweise also nicht ganz auf dem auf dem Vor-Covid-Niveau aber ansatzweise muss ich ehrlich sagen finde ich nicht so gut ich glaube auch dass die viele Aktionäre von Shell sind eher etwas gehoben im Alter und wollen eher ein paar mehr Ausschüttungen haben und nicht hier dass du irgendwann in 10 Jahren deine dein Anteil an dem Unternehmen von 0,0000001 auf 0,0000002 gestiegen ist ich weiß nicht ob du da so viel von hast aber okay ist eine andere Sache nein Aktienrückkäufe sind natürlich erstmal unterm Strich besser ob der Aktienmarkt das irgendwann toleriert in höheren Preisen wir werden es sehen letztendlich kauft Shell ja was habe ich gesagt in den ersten wir können es hier mal zusammenrechnen in den ersten drei Quartalen wird es quasi was sind das 15-20 Milliarden von 180 Milliarden Marktkapitalisierung und 20 Milliarden sind für die Aktionäre davon zur Verfügung also ein Neuntel das ist schon das ist schon heftig und mal gucken im vierten Quartal könnte das Ganze noch ein kleines Stückchen weiter steigen weil allein hier das wird natürlich weiter steigen aber okay ich wollte noch auf ein anderes Thema eingehen und zwar Shell weist ja jetzt aus die erneuerbaren Energien und das wollen wir uns auch noch mal kurz angucken und zwar sehen wir das Ganze hier hinten und zwar Shell weist ja immer aus jetzt oder die einzelnen Segmente die man halt hier so hat und da sind jetzt unter anderem die erneuerbaren und die Energie Lösungen Solutions mit dabei und ich denke hier ist insbesondere Sales of Natural Gas dabei zu End Consumers und deswegen ist das sind ja hier die Gewinne immer so ein bisschen fraglich sag ich mal was da jetzt alles da rein zählt ich denke das was insbesondere Relevanz hat ist quasi die installierte Leistung also die Power Capacity und das ist schätzungsweise in Gigawattstunden Gigawatt Gigawatt und das habe ich hier mal rausgelesen oder habe es mir mal rausgesucht jetzt also wir haben das ist jetzt quasi gestiegen auf 5,7 Gigawatt und da ist okay das ist im Jahresvergleich ich meine um 35% gestiegen wenn wir jetzt noch ein Jahr zurück gehen würden das ist auch in einer der Folien hat Shell das auch mal hier mal Marketing Chemical Products Renewables ah ne ist okay schade machen sie nicht ich meine irgendwo drin stand dann das ist eigentlich ein Anstieg ist um 35% oder sowas und das ist wir haben jetzt quasi etwas über was 5,7 Gigawatt installiert und oder was noch was noch gebaut wird aber wo es jetzt quasi absehbar ist dass es bald fertig ist langfristig sollen es hier eher Richtung 50 Gigawatt gehen ach guck mal hier unten haben wir es hier in hier Operations von Q1 1,21 auf Q1 22 waren wir bei plus 35% da bin ich gespannt da wird natürlich weiter investiert und man kann sich das ja auch nicht mal alles durchlesen wo man halt alles investiert es klingt schon ultra spannend was Shell dafür für gigantische Verträge abschließt das ist schon das ist schon beeindruckend muss man sagen und da wird natürlich ein Teil des Geldes für verwendet von dem von den unzähligen Milliarden die man hat aber ich kann mir schon ja ich weiß nicht vielleicht ist es hat es auch so ein bisschen was mit der ja mit der Öffentlichkeitsarbeit zu tun von Shell weil wenn Shell jetzt sagen würde okay wir hauen eine Sonderdividende jetzt nach der anderen raus ob das in den unter den aktuellen Umständen wo viel die Rede ist von so Kriegssteuern was wir Übergewinn steuern und so weiter wenn Shell da jetzt sagt okay wir ballern jetzt richtig Dividenden raus weiß ich nicht ob das quasi irgendwie da vielleicht diese die Bestrebungen nach Übergewinnsteuern eher erhöhen würde weiß man nicht so genau aber könnte durchaus auch einer der Gründe sein und das ist in Europa natürlich viel stärker als es in den USA bei den US-Konzernen ist das glaube ich was anderes zumal in den USA viele Leute auch einfach von den Dividenden von Chevron und Exxon leben und so weiter da mag das nochmal von der Öffentlichkeit was anderes sein ich könnte mir vorstellen in Europa ist das dahingehend etwas anderes deswegen hat man enorme Aktienrückkäufe beschlossen aber das Geld was noch ein bisschen über ist wird auch in die Erneuerbaren gesteckt und so ist das Ganze hier quasi von 4,6 auf 5,1 gestiegen also fassen wir zusammen über 100 Milliarden Umsatz ist irre obwohl man wieder 2% weniger aus dem Boden rausgeholt hat als noch vor einem Jahr und es ist auch man peilt das auch weiterhin an also es geht auch dazu dass es jetzt in einem Jahr wieder 2% weniger aus dem Boden rausgeholt wird hier könnte ich mir sogar vorstellen dass das wahrscheinlich auf 105, 107 oder sowas steigen wird das heißt die Nettoschulden man hat jetzt scheinbar nicht vor die Nettoschulden noch weiter zu senken sondern anstatt also diese enormen Cashflows die man einfach zur Verfügung hat werden für Aktienrückkäufe verwendet man bleibt dabei die Dividende steigt mit 4% pro Jahr und das überschüssige Geld wird einfach in Aktienrückkäufe gesteckt gleichzeitig der große Vorteil seitdem man hier runtergegangen ist die 30 Milliarden die man von den Schulden runter ist hat quasi letztendlich dazu geführt dass man eine halbe Milliarde pro Quartal also 2 Milliarden ja 2 Milliarden quasi pro Jahr an Zinsen spart ist auch nicht ganz verkehrt und durch die massiven Aktienrückkäufe muss auch immer weniger Geld für Dividenden verwendet werden also ich finde ein bisschen mehr könnte man hier schon Gas geben allerdings der CEO hat im Statement gesagt dass man auch weiterhin also grundsätzlich ist ja das Ziel von Shell hier von 30% an die Aktionäre zur Verfügung zu stellen und das ist von 18,6 sind quasi 30% sind was ein Drittel sind 6,2 also irgendwie so 6 Milliarden müssten zur Verfügung gestellt werden man hat jetzt aber man schüttet ein bisschen was fast 8 aus das heißt letztendlich man schüttet mehr aus als die 30% und das ist ja das da bin ich im letzten Video drauf eingegangen dass man da die Zustimmung vom Aufsichtsrat eingeholt hat und so weiter oder vom Board eingeholt hat und dass man das auch in Zukunft solange die die Gegebenheiten so sind weiter so machen möchte und wenn ich mir jetzt überlege okay vielleicht wenn man allein im nächsten Quartal die Schulden nicht noch weiter reduzieren will weil 46 Milliarden ist echt es reicht nun irgendwann mal und gleichzeitig der Ölpreis noch weiter steigt dann wird es hier vielleicht auch auf 8 Milliarden oder sowas steigen und dann haben wir hier Dimensionen dass Shell ab nächstem Quartal keine Ahnung 5, 6% der Marktkapitalisierung pro Quartal an Aktien zurückkauft das ist das ist irre achso und da können wir noch auf eine Sache eingehen aber man jetzt rede ich schon Ewigkeiten aber eine Sache die ich eigentlich ziemlich spannend finde und zwar Shells Gewinn steht und fällt natürlich mit dem Gaspreis und mit dem Ölpreis und da ist natürlich jetzt zeigt sich langfristig dass wenn insbesondere Europa die Abhängigkeit von russischem Gas reduzieren möchte dass man natürlich irgendwo anders einkaufen möchte und dass natürlich die Gaspreise dahingehend etwas höher sein werden in Zukunft aber Shell prognostiziert natürlich selber wie die Öl- und Gaspreise sich entwickeln werden und das machen auch die anderen Öl-Konzernen ich habe mir das jetzt ich hatte jetzt auch eine Position bei Chevron gekauft und habe mich da auch ein bisschen länger mit Chevron beschäftigt die gehen auch davon aus die peilen irgendwie so 60 Dollar pro Barrel langfristig an und wir können es uns mal bei Shell angucken und zwar ist das auf Folie auch 21 ist es glaube ich ja ok guckt mal hier und zwar das sind die langfristigen Rohstoffpreis was man prognostiziert und da haben wir beim Ölpreis geht man hier von ich sage mal beispielsweise von 2024 reden wir von 70 Dollar pro Barrel und wenn wir uns jetzt hier mal anschauen wie die Forward Curve aussieht was ich glaube das sind dann immer so Bloomberg Daten oder so Mittelding ja wie auch immer und da gehen wir hier bei 2024 reden wir hier von dem Ölpreis von 85 Dollar pro Barrel aber Shell selber geht von aus von 70 Dollar pro Barrel also Shell ist überaus konservativ in den Prognosen was ja vor Periods nach 2026 geht man von 65 Dollar pro Barrel aus und hier das ist ja British Million Terminal Units also der Gaspreis geht man von 4 Dollar aus und da sind wir glaube ich aktuell bei 6 oder sowas das ist über 6 6,5 oder sowas ist glaube ich gerade aber okay das heißt alles in allem hat Shell hier sehr konservative Zahlen aber selbst bei diesen Ölpreisen verdient Shell sich dumm und durstlich das kann man gar nicht anders sagen von daher ich verstehe es ehrlich gesagt nicht warum der Aktienkurs von Shell immer noch hier unten vor sich her dümpelt für meine Begriffe könnte der auch gut über 30 Dollar liegen allein wenn man im Hinterkopf hat wie viele Aktien bereits wieder zurückgekauft worden sind und wie das auch weiter geht wie viele Aktien hier zurückgekauft werden ist ja irre das ist ja komplett verrückt und trotzdem 4% Dividendenrendite und die Aussichten sind jetzt nicht unbedingt irgendwie schlechter in Zukunft selbst wenn der Ölpreis wieder fällt aber gut soll es gewesen sein ich will nicht allzu lange reden bei Fragen zu Shell gern in die Kommentare das kann ich dann im nächsten Video drauf eingehen ansonsten sehen wir uns rechtzeitig zu Shell dann nach dem dritten Quartal wieder und mal gucken ob wir dann hier vielleicht eher Richtung 8 gehen und möglicherweise machen wir hier einfach mal sowas hier das wäre so meine Wunschvorstellung Shell macht okay dann machen wir nicht 8 sondern machen wir hier nur 7 und hier haben wir irgendwie keine Ahnung ich kann ja mal ein bisschen prognostizieren und hier haben wir das und hier machen wir 107 oder sowas so sag ich wird es aussehen wir haben einen Umsatz von 107 Ölpreis von 108 im Schnitt naja die Dividende das ist eher ein Wunschtraum ich denke wahrscheinlicher wäre es dass wir hier vielleicht eine 8 haben und hier halt 1,85 aber schön wäre es natürlich wenn man eine kleine Sonderdividende bekommt zumindest eine kleine Sonderdividende dafür dass wir im Jahr 2020 durchgehalten haben so lange Rede kurzer Sinn soll es gewesen sein ich bedanke mich fürs Zusehen ich freue mich dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Video wieder bis dahin Tschüss bis zum nächsten Mal Vielen Dank.